Also sowas wie den Montag oder Dienstag, ja? Ich höre dir zu. Ich habe eine E-Mail geschrieben an Kirstin, ja? Aber ich hatte viele E-Mails geschrieben. Wir kriegen ungefähr 30 Stück pro Tag, die wir noch mal anziehen, wenn sie mir was zeigen wollen. So, und dann stellte er fest, dass ich da war, dass das, was er mir sagt, ich nicht nur kann, sondern auch noch besser kann. Und dann entschuldigte, also, und seinen Vorschlag...